Aber der ist dafür nicht sehr stark, merke ich gerade. Der zieht nicht viel ab. Auslandfähig der kommenden Rücken, dann haben wir gewonnen. Schon wieder gewonnen, dann wird ein Win. Nein, der hat sich umgedreht, verdammt. Haha, schön in die Offensive gegangen und finishen. Nein! Jetzt aber. Bäm, in den Rücken. Sehr geil. Nummer 4. Zwei noch. Pariert. Und in den Rücken. Okay, der hat sich umgedreht. Natürlich, wenn sich der Gegner zurückfallen lässt, sie kommen nicht gut, weil die geht nicht sehr weit nach vorne. Die bleibt wirklich auf der Stelle. Der Gegner bewegt sich zum Beispiel jetzt ziemlich viel. Nein. Mann. Nein, hat der mich pariert? Was ist das für ein Sack? Kann ich auch. Und jetzt. Komm. Jawohl. Nein! Verdammt, kein Key mehr. Aufladen. Und jetzt drauf finishen. Mit dem Parieren. Komm. Oder so. Komm. Komm. Mach schon. Boah, pariert er mir. Und Durchstoß. Komm. Nein, wir haben kein Key mehr. Nein! Mann. Geschafft. Wird schwerer. Gucken, ob wir diese Schule jetzt schlagen können. Wäre mal cool. So, letzter. Dann kommt schon der Ausbilder. Ja, das meine ich. Die macht wirklich nicht viel Schaden, die Kombo. Das ist im Moment das einzige Problem. Und von der Schnelligkeit ist die wirklich genial. Und nicht schnelle Gegner haben wirklich ein Problem mit der Kombo. Und Gegner, die nicht blocken können. Und die Gegner, die mir in den Rücken zukehren. Und Finish. Nein! Jetzt aber. Finish. Key offladen. Nein, ich wollte parieren. Sehr schön. Und nochmal gefinished mit unserer geilen Dreier-Kombo. Batz. So, jetzt kommt der Ausbilder. Ich bin gespannt. Okay. Oder ist das der Meister? Ich weiß nie. Aber ich glaube, das ist der Ausbilder. Ne, Genpo. Das müsste aber der Meister sein. Okay. Kämpfen wir nur gegen den Meister. Mal gucken, was passiert. Man merkt, die Meister sind auf einem ganz anderen Niveau. So, jetzt aber. Komm. Jetzt. Jawohl. Wir haben ihn, glaube ich. Wenn jetzt. Jawohl. Ja, aber komm. Komm. Wir haben ihn. Und jetzt schnell den Innenrücken. Oh nein, doch nicht. Nein. Nein. Okay, schlechte Idee. Das mache ich nicht nochmal. Shit. So, jetzt von hier hinten. Komm. Geschafft. Hallo? Wir haben den Meister besiegt. Wir haben die Schule besiegt. Gucken, was jetzt passiert. Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Oh ja, wir bekommen viel Fame und viel Erfahrung. Und neue Moves von der Suigetsu-Schule. Direct Blow Horizontal Slash. Solar Blade. Shadow Blade. Und wir haben ein Schwert gewonnen. Muramasa. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ja, ich versuche einfach mal die. Ob mir die Geheimetechnik davon besser gefällt. Muss man einfach mal austesten. Ich nehme die jetzt einfach mal. Und, ähm. Ja, die Kombo baue ich jetzt im Moment nochmal nicht um. Ich könnte zwar neue bauen. Aber ich lerne erst nochmal ein paar neue dazu. So, Moria-Schule haben wir besiegt. Wollen wir gleich mal zu einer neuen übergehen. Die war ziemlich schwer und hatte beschissene Moves. Ähm, Trust Techniques. Das ist die One-Hill. Wir fangen einfach mal von oben an. Hier. Genau, Hirata-Dojo. Benutzen wir jetzt mal. Muya-School. Einfach mal ausprobieren. Gucken, wie der Meister aussieht. Nani? Dojo-Yaburi jato? Wasi mo namerarita mono yo. Sagen alle das gleiche. Unglaublich. Ja, ja, klar, fünf Studenten, ein Meister. So, schaffen wir. Verdammt. Verdammt. Shit. Ach, ich hab unsere Combo gar nicht drin, merke ich gerade. Die muss ich unbedingt mal auf Eins wechseln, weil ich hab die noch auf Form Zwei. Deswegen muss ich mal wechseln am Anfang. Jetzt hab ich sie drin. Zack, zack, zack. Mann, wieso weiß ich denn, wo ich hinlaufe? Ich hab das Gefühl, die Schule ist schwerer. So, jetzt aber ein Rücken wieder. Sehr cool. Und, der nächste bitte. Und wieder in den Rücken. Die sind so schlecht, ey. Die haben einfach keine Chance dann. In der Ecke und in den Rücken. Ich hatte halt schwere in Erinnerungen. Also, ich glaub, da hatte ich nicht diese Super-Combo gefunden. Die ist wirklich gut. Dauert zwar lange, aber dafür ziemlich sicher. Einmal parieren kann da schon der Tod für den Gegner bedeuten. Finde ich grad ziemlich lustig, verdammt. Nein, jetzt bin ich in der Ecke. Oh, was war dein für ein Schindler-Schlag? Den möchte ich auch lernen. Und wir sind wieder hinten dran. Komm. Antäuschen. Genau, das sind auch so Tricks, wie man machen kann. Antäuschen hier. Dann werden die Gegner ein bisschen verwirrt, so. Zack, zack. Benutze ich aber gar nicht so häufig. Jetzt ein Schlag noch. Boah, wir sind echt gut. Nummer vier. Komm her. Den mach ich auch fertig. Nein. Nicht mal antäuschen. Und draufhören. Ausgewirrchen. Pariert. Und jetzt wieder in den Rücken. Nein, verdammt. Der ist zurückgestürzt. So, komm. Au. Fuck. Wann, den wollte ich parieren. Warum geht das nicht? Nein. Du wärst zu schnell zum Parieren. Diese von oben, diese Schläge, möchte ich auch erlernen. Die sind wirklich schön. Die hier. Damit er ist bestimmt auch eine schnelle Kombo bauen. Der ist schon hartnäckiger. Der lässt sich nicht leicht parieren. Der ist schneller. Ja, komm. Nein. Die Kombo gefällt mir auch. Die möchte ich lernen. Shit. Nein. Ich kann den nicht parieren. Jetzt. Ja gut, das haben wir sowieso fast besiegt. Hat sich gar nicht mehr gelohnt. Und der letzte. Vor dem Meister. Wir haben nur noch so wenig. Shit. Der ist schon schwieriger. Nein. Lass mich in Ruhe. Schön angetäuscht. Wir wollten nach hinten gehen und dann... Und dann nach vorne geschlagen. Wenn man das Antäuschen macht, dann kann der Gegner nicht mehr richtig blocken. Das ist das Schöne. Nein. Nein. Und den... Ja, verdammt. Der ist gut. Nein. Ach, verdammt. Na ja, verloren. Egal. Wir werden stärker. Und neue Moves. Wow. Fünf Stück. So, und jetzt werden wir nochmal versuchen, eine neue Combo zu bauen. So, Edit. So, die erste lösche ich mal. Die gefällt mir gar nicht. Und die zweite ist ja unsere Hauptcombo. Die, wo wir immer mit in den Rücken gehen. Huch. Duplicate. Müssen wir uns merken. Falls ich mal ändere. So, die habe ich... Verdammt. Ich bin rausgegangen. So, und dann können wir die löschen. Die zweite. Jetzt habe ich die nämlich in den ersten Slot gepackt. Horizontal Slash. Parting Mist. Parting Mist. Mal gucken, ob wir so eine ähnliche bauen können. Die vielleicht sogar noch besser ist. Horizontal Slash. Strength Slash. So, mal gucken. Ich suche mir jetzt erstmal die, äh, beste Anfangsattacke aus. Am besten die schnellste. Die ist schön. Die kommt so von oben irgendwie. So, zack. Oder die von der Seite. Direct Blow ist ziemlich langsam. Horizontal Slash auch ziemlich langsam. Genau, jetzt sind die Starken, aber langsam. Der ist sehr schnell. Ich versuche das Shadow Strike. Der ist schön. Ich mache mir erst einen von oben. Und dann läuft er ein bisschen nach vorne und schlägt nochmal zu. Und dann, ja, aber der dritte gefällt mir dabei nicht. Ich versuche mal den hier. Ach, da haben wir keine dritte Option. Das ist schon mal blöd. Aber ich fange mal mit dem von der Seite an. Ich versuche es mal mit dem. Mal gucken. So. Aber hier endet die Folge. Beim nächsten Mal machen wir weiter, um die nächsten Dojos zu besiegen. Bis dann.